Hallo! Du hast wieder mal Lust, ein Kartenspiel zu spielen? Dann schau dir doch mal Kecke Schnecke an. Ein spritziges und schnelles Kartenlegespiel für die ganze Familie, bei dem es darum geht, die dicksten Schnecken zu sammeln und dadurch die meisten Punkte zu bekommen. Dazu nutzt du auf alle Fälle solche Salatköpfe, um diese Schnecken zu ködern. Oder du musst versuchen, deine Schneckenhäuser loszuwerden, weil du dadurch einfach weniger Minuspunkte am Ende bekommst. Also viele unterschiedliche Elemente in dem Spiel. Jetzt gibt es sogar noch eine kleine Erweiterung und zwar ist das Schnecken-Necken, wo sogar die Fünfjährigen schon mitspielen können, also die ganze Familie am Tisch sitzt. Deshalb ran und loslegen!